Willkommen wieder, live bei GTA, GTA, das ist GTA Lars, so wir fahren jetzt mit dem Rad, wo sind denn meine Männer, so meine Männer sind da, so jetzt fahren wir zum Bahnhof, oh scheiße, so jetzt fahren wir hier, so, wir halten an. So, wir fahren, wir fahren, bring mein Mensch um, so, wir steigen ab, davon ist ein Polizist, und wir bringen ihn um, und die Polizistin nicht immer überlegen, so, das ist immer schwer um Polizisten, so, der Polizist ist tot, ich muss mir ganz schnell ein Auto kriegen, Ich nehme mir ne Waffe, let's go, ich klau mir diesem Auto, let's go, ich schlag den Mensch tot, let's go, jetzt klau mir der Auto und fahre damit weg, das ist let's go, pips, klebe, klebe hier, wir fahren, wir fahren, mit GTA wächst, das ist so cool. Wir fahren, 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 wir Oh meine Männer, wo sind denn die da? Ach ja, meine Männer sind ja da. Wir schweißen jetzt einmal unser Auto weg. Oh, Scheiße. Da ist noch ein Bullen. Da, 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 da. Wir schießen jetzt ab. Es kommen noch mehr Bullen. Das ist natürlich Scheiße. Ich trinke mal jetzt erstmal was. Ich steig ein. Und fahre jetzt ganz schnell weg. Die Polizei hinter. Kommt der Zuge? Wir laufen da, wir laufen da, wir laufen da, wir laufen da. Ja, was ist denn den Zug hinter mir? Wir laufen, laufen, laufen. Wir laufen, 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 laufen. Ich steig ein. Und wir fahren von dem Bahnhof ganz schnell. So, so, so. Die Hänge passen mir immer auf. Das war's GTA 6. Rufen Sie an und gucken Sie bei Facebook oder die Videos weiter. Wir sehen uns nächstes Mal.